Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Harzer, herzlichen Dank für die Einladung. Ich will sehr klar sagen, dass ich mich sehr freue, dass Herr Harzer zu diesem Energiegipfel, zu dieser Energiekonferenz eingeladen hat und bin sehr gerne gekommen, weil er einer der wichtigsten Mitstreiter ist für das Thema im Thüringer Landtag. Vielen herzlichen Dank, deswegen bin ich auch gerne hier. Herr Lenkert, Herr Bickel, Herr Schwenk, Herr Professor Wesselack, Herr Röser, meine sehr geehrten Damen und Herren aus den Kommunen, aus den Vereinen und Verbänden aus Wirtschaft und Handwerk, der BUND sei auch erwähnt, weil er unter anderem hier sitzt, so eben wie viele andere auch. Lassen Sie uns darüber reden, was Klima und Energie derzeit thematisch besonders sozusagen im Mittelpunkt haben als große Themenblöcke. Lassen Sie uns auch darüber reden, was Rot-Rot-Grün in den letzten zwei Jahren, weil seit dem 5. und 12. sind es, zwei Jahre klima- und energiepolitisch bewegt hat und auch was wir bewegen wollen, angesichts dessen, was wir global in Paris und Marrakesch quasi an Dingen, die inklusive des Klimaschutzplans der Bundesregierung für uns zu bewegen sind und angesichts dessen, was wir auch in Thüringen vorhaben, als Vorreiterrolle natürlich einzunehmen. Diese Koalition hat sich ja durchaus ins Stammbuch geschrieben, sozial gerecht und vor allen Dingen auch ökologisch zu bewegen. Von daher gibt es durchaus, denke ich, auch heute viel Diskussionsstoff. Ja, fest steht, dass Energie und Klima, die eine der Schwerpunktthemen der Landesregierung sind. Und unser Anspruch ist, das sind die Themen, die ich mit Ihnen kurz besprechen will, unser Anspruch ist, natürlich auch zu gestalten. Und warum, habe ich Ihnen diese erste Folie hier nochmal mitgebracht, nicht weil ich jetzt über mein schönstes Urlaubserlebnis sprechen möchte, aber eigentlich doch auch, weil dieses linke Bild, was Sie hier sehen, stammt aus Island. Ich war im Sommer in Island am Ratna Jökul Nationalpark. Dort gibt es eine Gletscherlagune, Jökul-Salon, die, wer von Ihnen James Bond Fan ist, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon mal gesehen haben dürfte. Das ist links die absolute, neben den Geysiren der Frage unterschiedlicher Wasserfälle, eine der großen Touristenattraktionen, wie man sieht, wie zum Teil tausend Jahre altes Eis vom Gletscher abbricht. Man kann es deswegen erkennen, weil die unterschiedlichen Schichten, die sich im Eis wiederfinden, wenn ein Vulkanausbruch war, ist es mal schwarz. In dem Moment, wenn sozusagen der Gletscher wieder gewachsen ist, weiß. Und das schwimmt in den aber spannendsten Blaufarben, wo mir Worte fehlen, die zu benennen, an ihnen vorbei, raus aufs Meer. Und diese Gletscherlagune wächst von Jahr zu Jahr. Die sieht morgens auch anders aus, wenn nachts viel runtergebrochen ist als abends. Und so gesehen haben Sie die Möglichkeit, dieses Eis aus dem Wasser zu holen und dabei zu sehen, wie dieser Gletscher an verschiedenen Stellen schmilzt. Das war mit Sicherheit eine der spannendsten Erfahrungen, wenn man sozusagen den Klimawandel sehen will, die ich auch hatte, muss ich auch so offen gestehen. Da geht man auch anders dann nach Hause, als man beeindruckt auch an anderen Stellen hingefahren ist. Sie sehen außerdem Bilder aus dem Jemen und aus Syrien, wo Sie sozusagen durch entsprechende Dürren, durch die Art und Weise, wie wir mit Sicherheit alle bewegt, von der Frage, wie verändert der Klimawandel auch bestimmte Klimazonen weltweit. Und was heißt das am Ende auch für kommende Fluchtbewegungen deutlich sind? Eigentlich zweifelt, Steffen Harzer dürfte mir mindestens zustimmen nach der gestrigen Debatte im Thüringer Landtag, bis auf die Klimawandelleugner der AfD und vielleicht Präsidenten, die sich in den USA anschicken, zu sagen, solange mein Goldplatz auf Irland nicht betroffen ist und im Zweifel baue ich eine Mauer drum, wenn er überflutet wird. Eigentlich zweifelt keiner mehr daran, dass wir mitten im Klimawandel sind und dass es darum geht zu gestalten. Und wir haben sie nur einmal, diese unsere eine Erde, verletzlich, wie sie hier ist. Und das, was in Paris beschlossen wurde im Dezember 2015 und das, was wir jetzt in Marrakesch an Umsetzung erleben können, zeigt auch, dass es höchste Zeit ist und dass wir auch keine Zeit mehr haben, an dieser Stelle zuzuwarten. Sie sehen hier von Harald Uphoff eine Grafik, die deutlich macht, welche Begrenzungsziele wir auf jeden Fall erreichen müssen. Zwei Grad war das verbalisierte Ziel an vielen Stellen. Inzwischen gehen wir aus, es muss mindestens 1,5 Grad sein, damit wir tatsächlich auch die Erderwärmung begrenzen können. Und dazu braucht es konsequente Klimaschutzpfade, dazu braucht es ein konsequentes umsetzen. Und nach Indien, nach China und nach den USA hat dann ja auch die Bundesrepublik dieses Jahr Paris unterschrieben. Jetzt muss man auch sehen, dass man an dieser Stelle weiterkommt und vor allen Dingen eins tut sich nicht im Klein-Klein verhaken. Fakt ist, für uns alle, wir können nicht so weitermachen wie bisher und ich will deswegen vor allen Dingen auch den bundespolitischen Rahmen noch mal ein bisschen intensiver streifen. Energie- und Klimapolitik macht weder an Grenzen halt noch an den Vorstellungen, die jeweils auf den unterschiedlichen Ebenen tatsächlich zu regeln sind. Und gerade wir in den Ländern sind massiv abhängig vom bundespolitischen Rahmen und natürlich auch vom europäischen Rahmen. Und das sage ich auch insbesondere mit Blick auf dieses Jahr, rückblickend das Jahr 2016, wo wir im Energieministerium vor allen Dingen mit einem Thema ganz massiv uns beschäftigt haben, was den bundespolitischen Rahmen betrifft, das ist die EEG-Novelle. Die EEG-Novelle, an die sozusagen den Geist geatmet hat, dass es darum geht, vor allen Dingen den Ausbau der Erneuerbaren einzubremsen. Und die den Geist geatmet hat, die Diskussion, dass wir vor allen Dingen, was das Thema Kohle angeht, durchaus zögerlich sind. Da bin ich beim Klimaschutzplan der Bundesregierung, wer a sagt, am Ende auch b zu sagen. Und deswegen müssen wir leider feststellen, dass die Festlegung auf einen Mindestpreis beim Emissionshandel und konkrete Maßnahmen im Verkehrsbereich eben nach wie vor fehlen. Dass wir, was die EEG-Novelle betrifft, ab 2017 erschwerte Ausbaubedingungen haben werden, übrigens gerade auch im Bereich Wind und gerade auch im Bereich Solar. Und dass wir nach wie vor auch keine, der Bereich Wärme wurde angesprochen, ich will das auch nachher noch dezidierter tun, noch keinen wirklichen Pfad haben, der eben mit diesen besagten 50 Prozent am Ende uns auch einen besseren Rahmen vorgibt. Zur Rolle der Länder. Ich denke, dass nicht nur im Bundesrat, sondern auch darüber hinaus, dadurch, dass sich auch Allianzen gebildet haben, die vielleicht vordergründig keiner auf dem Schirm hatte, die Rolle der Länder, gerade auch energiepolitisch in den letzten Monaten immer stärker geworden ist und man an der Stelle auch ganz eindeutig erkennen kann, dass föderale System auf dieser Ebene hilft. Wir haben uns beim Thema KWK, Kraft-Wärme-Kopplung, ganz stark gemacht im Bundesrat, weil die Bundesregierung für KWK-Anlagen zwischen 51 MB der Förderung schon ausschreiben will, vergleichbar wie bei den erneuerbaren Energien. Und wenn man, das betrifft ja vor allem unsere Stadtwerke, mitten im Spiel die Regeln ändert, dann geht das immer zu Lasten derer, die schon angefangen haben, auf dem Spielfeld sich zu bewegen bzw. ihre Planungen voranzubringen. Wir haben uns deswegen im Bundesrat für ein höheres Ausschreibungsvolumen eingesetzt, für eine Regelung, die kleinere Anlagen eben nicht unter dieses komplizierte Ausschreibungssystem fallen lässt. Das sind auch so Punkte, wo man deutlich sieht, EEG-Novelle, KWK und viele andere Bereiche. Hier ist das Land Thüringen an der Seite derer unterwegs, die auch gestalten wollen und zwar in dem Bereich, wie wir ihn auch verabredet haben. Für die Erneuerbaren gilt, der Ausbau muss gesichert und vor allen Dingen die Vielfalt der Akteure gewährleistet werden. Und ich will jetzt nochmal bei dem Thema Photovoltaik kurz illustrieren, was das eigentlich heißt, weil wir haben uns mühselig im Rahmen der EEG-Novellendebatte auch über die Ausbaupfade der Photovoltaik unterhalten. Fakt ist, dass weltweit täglich über 500.000 Solarpanels installiert werden. 500.000. Wenn man sich die Zahlen für die Bundesrepublik anguckt und die, wie ich finde, doch eher zurückhaltenden Grenzen, die man sich da auch für die Photovoltaik gesetzt hat, bleiben bei 2014 und 2015, selbst hinter diesen eher bescheiden formulierten Grenzen, deutlich zurück. Das waren 2500 Megawatt pro Jahr. Noch nicht mal das ist sozusagen erreicht worden. Und mit der EEG-Novelle 2017 wird das mit Sicherheit auch nicht besser, was das vorherige EEG hier an Bremse sprichwörtlich erzeugt hat. Und deswegen sind wir gefragt, hier auch als Länder nicht nur Nischen zu suchen, ich komme auch gleich darauf, die uns die jeweiligen EEG-Novellen bieten, sondern auch voranzugehen und Druck zu machen und auch mit eigenen Programmen den Bund dazu zu bewegen, hier wieder in eine Vorholbewegung zu gehen, inklusive dessen, dass wir natürlich die heimische Industrie auch schützen wollen. Und ich komme zum EEG 17. Ich sagte es schon, Wind und PV haben definitiv das größte Potenzial. Und man kann die Dinge jetzt von zwei Seiten betrachten, eben dahingehend, dass wir sagen, dieses EEG 2017 ist für uns auch aus Thüringer Sicht, das sage ich jetzt nicht nur als Grüne, das sage ich vor allen Dingen auch als Thüringer Energieministerin an erster Stelle, das ist nicht unser EEG. Auch wenn wir in Teilen heilen konnten, was wir an Bremse nach wie vor sehen, es ist uns gelungen, gemeinsam mit Bayern und Rheinland-Pfalz die Bioenergie durch eine rechtlich verbindliche Anschlussregelung mit wirtschaftlichen Perspektiven zu versehen. Diese Woche in Arlach, beim großen Jahresabschluss und der Verabschiedung von Herrn Gumpert und der Präsident des Landesbauernverbandes, der neue Präsident wurde gewählt und viele Bauern erzählen mir auch bei solchen Begegnungen, die Bioenergie ist unser zweites wirtschaftliches Standbein. Und natürlich haben wir mit den über 300 Anlagen, die wir in Thüringen haben, auch hier einen wesentlichen Bereich, auf den wir nicht verzichten können. Für die Bürgerenergiegenossenschaften wurden letztlich EEG-Novelle erleichterte Bedingungen für das Ausschreibungsverfahren verankert, wenn auch nicht in dem Maß, wie wir uns das gewünscht hätten. Außerdem war unsere Initiative zu Mieterstrommodellen erfolgreich. Also ich denke, wenn auch dieses EEG nicht an vielen Stellen das ist und das verspricht, was wir uns wünschen würden, haben wir an der einen oder anderen Stelle durchaus aus Thüringer Sicht nachziehen können. Warum sind wir da so ambitioniert auch reingegangen in diese Diskussion? Weil es nicht nur um eine energiepolitische oder eine klimapolitische Vorreiterrolle geht, weil es auch um eine wirtschaftliche Vorreiterrolle geht und weil es auch darum geht, die Blaupause für eine erfolgreiche Energiewende gibt es nicht. Viele andere Länder schauen darauf, wie die Bundesrepublik sich aufstellt, viele andere Länder schauen, wie wir den Atomausstieg bewältigen. Schöne Grüße nach Polen oder Tschechien oder Frankreich, wo man sich anschickt, neue Atomkraftwerke zu errichten oder Zeiten für die Verlängerung zu diskutieren. Deswegen müssen wir innovativ sein und wir können auch nicht mehr zurück. Das Einzige, was es jetzt gilt, ist deutlich zu machen, Innovation und Lösungsbereitschaft ist das Diktum dieser Energiewende. Da wollen wir unseren Anteil leisten. Und deswegen brauchen wir die Lösung für die großen Fragen, die sich aus meiner Sicht stellen, die da heißen, wie sich eben die hohen Anteile Erneuerbare in das Stromsystem vollumfänglich integrieren lassen. Diese Frage müssen wir beantworten, wie überschüssiger erneuerbares Strom für andere Sektoren genutzt werden kann, Stichwort Sektorenkopplung, und wie Klimaverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind. Auch das sind die zentralen Punkte. Dass wir dann Thüringen die Nase vorn haben, dass Thüringen verstanden hat, da braucht man nur in die letzten beiden Ausgaben der Zeitschrift Neue Energie zu schauen. In der vorletzten Magazin Neue Energie war eine WKA vom Typ Festers V126 zu sehen und deutlich zu lesen, wie die Windkraft in Thüringen sich als Potenzial auch in Thüringen aufstellt und entwickelt. Im Magazin im Dezember wird unser Siegel faire Windenergie in einem großen Artikel illustriert und damit auch, wie wir dafür sorgen wollen, für Akzeptanz quasi oder Akzeptanz in der Bevölkerung zu sichern bei diesem schwierigen Thema. Ich denke, dass auch bundesweit wahrgenommen wird, was wir tun. Und im Übrigen ist eins der Bereiche, die wir hier mit dem Bundesverband der Solarenergie auf den Weg gebracht haben, Solar Invest. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man als Landesregierung sich die EEG-Novelle anschaut, im Bundesrat heilt, an den Stellen, wo zu heilen ist, und dann macht man sich aber als nächstes, wenn der Beschluss dann gefasst ist, auf die Suche nach Nischen. Eine Nische ist die Frage Mieterstrom, Solar Invest, ist ein Beitrag, den wir sehen, sozial, ökologisch und innovativ mit einem Fördervolumen von 3,4 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr Anreize zur Nutzung klimafreundlicher Sonnenenergie zu schaffen. Die Sonne stellt ja bekanntlich keine Rechnung und deswegen fördern wir Photovoltaikanlagen, wenn sie Strom zum Eigenverbrauch oder Direktverbrauch vor Ort erzeugen und nicht in öffentliche Netze einspeisen. Wir fördern sie mit 50 Prozent der Kosten. Bislang haben es ja vor allem Mieterinnen und Mieter schwer, von den Chancen der Energiewende zu profitieren. Das ist aber einer der entscheidenden Faktoren für die hohe Akzeptanz der Energiewende. Ähnliche Mieterstrommodelle gibt es bislang nur in NRW und Hessen und bemerkenswerterweise hat auf der Energiekonferenz, die wir im November in Weimar in der Kongresshalle hatten, der parlamentarische Staatssekretär erwähnt, man könne sich das, wenn die Länder es denn möchten, auch auf Bundesebene feststellen, entsprechende Regelungen zu treffen. Das meine ich mit der veränderten Rolle der Länder, die an dieser Stelle hoffentlich auch wirkt. Ich denke, Mieterstrom ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ein ausgewiesen soziales Konzept, gerade weil wir wissen, dass bei geringverdienten Mietern in Relation zu ihrem Einkommen eine überproportional hohe Stromrechnung zu verzeichnen ist und an dieser Stelle sie die Möglichkeit haben, deutlich weniger nicht nur für Strom zu bezahlen, sondern auch zu erkennen, im Zweifel, es kommt vom eigenen Dach. Deswegen fördern wir auch Beratungsleistungen und Machbarkeitsstudien. Auch das gehört zu diesem Programm dazu, was ein kleiner Beitrag dazu sein soll, dass wir hier aus Ländersicht auch nachjustieren müssen. Das Gleiche gilt für das Förderprogramm Green Invest. Das ist ein Energieeffizienzprogramm. Die Notwendigkeit dieses Programmes ergibt sich aus der erforderlichen Reduzierung, wenn Sie so wollen, des Carbon Footprints für Thüringer Unternehmen. Wir setzen Anreize. Und wenn ich mir Unternehmen wie die FIGA GmbH angucke, Groß Hering oder viele andere, die die Tega jetzt auch ausgezeichnet hat, dort hat man längst erkannt, welches Riesenpotenzial Energieeffizienz hat. Die Mitarbeiter werden geschult. Allein bei FIGA spart man im Jahr inzwischen mit Energieeffizienz 4.800 Tonnen CO2 und spart am Ende des Tages auch noch deutlich an den Energiekosten. Und genau da sollte der Weg sozusagen hingehen. An vielen Stellen sind die Thüringer Unternehmen schon weiter als manche das meinen. Dieses Programm fliegt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben über 300 Bescheide inzwischen ausgestellt eine große, und das geht hier nicht nur ums Geld, es geht hier nicht nur darum, Förderungen abzugreifen, das ist maximal 200.000 Euro, sondern die Verpflichtung bei Green Invest ist auch, dass die Unternehmen sich beraten lassen, und zwar zwei Jahre lang. Und meine Hoffnung ist, und ich denke, das wird sich auch auszahlen, dass wenn der Energieberater einmal 24 Monate, mehr oder minder alle zwei Monate auf der Türschwelle steht und das Unternehmen dahingehend berät, dass am Ende auch wahrgenommen wird, wie die Rechnung am Ende des Tages sich auch im Energiebereich verringert, dass man den dann auch nach den 24 Monaten nicht mit einem Tschüss nach Hause schickt, sondern eine dauerhafte Partnerschaft entwickelt hat, sodass der am Ende des Tages nach dem Programm selbstverständlich auch immer wieder auf der Türschwelle steht. Und das ist das Ziel. Und dafür ist das Programm gut, wir reduzieren damit nicht nur den Carbon Footprint, wir geben den Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, Energiekosten zu senken, sondern wir, wenn Sie so wollen, lassen dauerhaft Partnerschaften entstehen in der besten aller Welten, die hier tragfähig sind. Das Fördervolumen beträgt insgesamt bis 2020 58 Millionen Euro. Und unsere Servicestelle Windenergie der Tega ist, denke ich, auch hier mit eine Möglichkeit zu zeigen, die Tega an sich auch selbst, wie Unternehmen auch sich vertrauensvoll an die Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur wenden können für alle Fragen, die sie selbst näher betreffen. Lassen Sie mich jetzt noch mal zum Klimagesetz kommen. Erwähnt wurde es bereits. Ich finde, und deswegen will ich auch noch mal untermauern, warum wir das nicht nur im Koalitionsvertrag stehen haben, sondern warum wir da auch mit Hochdruck daran arbeiten. Wer in Paris Ja sagt, der muss auch regional handeln. Man kann nicht sozusagen überregional sich committen und dann hinter die eigenen Ziele zurückgehen. Ich sage mal, wenn man in Paris unterschreibt und dann am Ende den Klimaschutzplan auf Bundesebene so ausdünnt, ist das auch ein Zeichen. Ich hoffe, dass uns das für Thüringen nicht ähnlich heimsucht. Aber da sind wir ja in spannenden Gesprächen auch mit den befreundeten Ressorts. Dann zweitens, wer Ziele definiert, der kann sich am Ende auch auf den Weg machen. Das Klimagesetz formuliert klar Ziele. Und das Dritte ist, wer Klimapolitik macht, der braucht auch Mitstreiter. Ich denke, ich habe ihn auch schon ein paar Bereiche genannt, wo die aus meiner Sicht auch zu finden sind. Jetzt mal zum Klimagesetz selbst. Wir wollen ja bis 2050 die Treibhausgasemissionen gegenüber 90 und 95 deutlich sinken lassen. Also mindestens 90 Prozent, Maximum 94. Das ist auch das, was uns ein Gutachten des Leipziger Instituts für Energie mit auf den Weg gegeben hat. Und zur Mechanik, Sie müssen sich das so vorstellen, das Klimagesetz, so lässt sich das glaube ich gut erklären, sind die Buchdeckel, dieser Idee Besseres Klima für Thüringen und das Inhaltsverzeichnis. Da stehen die Ziele drin. Und wie diese Ziele am Ende untersetzt werden, das sind die Seiten, die das Buch füllen. Und damit die Energie- und Klimastrategie, das sind die Seiten, die das Buch füllen, gemeinsam auch erstellt werden kann, gehen wir im Januar mit der Workshop-Phase. Die wird ein Jahr andauern. Das heißt, Klimagesetzziele sind definiert. 50, 70, 90, Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Kommen auch zum Bereich Wärme gleich noch. Das sind die Ziele. Damit diese Ziele erreicht werden können, braucht es die Energie- und Klimastrategie. Die geben wir nicht vor. Die werden gemeinsam erarbeitet in den sechs entscheidenden Bereichen. Ich lade Sie auch ein, auf klimastrategie-thüringen.de sich schon jetzt anzumelden und sich zu beteiligen. Und damit das Ganze auch mit einem Bild versehen ist und man weiß, wo will denn diese Landesregierung eigentlich hin und worüber reden wir, wenn wir über Klima reden, wird es auf der Landesgartenschau in Apolda nicht nur schön gerade gepflanzte Geranienstrecken geben, sondern auch einem Klimapavillon, der mit der Bauhaus-Universität Weimar, mit Architekten, die sich auf nachhaltiges Bauen verstehen, entwickelt ist und der nichts anderes macht, als das Thema Klima in den Mittelpunkt zu rücken und wo wir das ganze Jahr über an diesen 149 Tagen planen einzuladen, sich über die Klimastrategie und das Klimagesetz gemeinsam auszutauschen und die Themen voranzubringen. Weil immer zwischen zwei großen Weltklimagipfeln ist das Thema doch dann immer eher, sagen wir mal, auf den hinteren Seiten der überregionalen Zeitungen zu finden. Das ist unser Angebot, der moderne Lagerfeuerplatz, das ist das, was wir 2017 vorhaben. Geht es nachher, also nochmal wichtig, Klimastrategie Thüringen.de, gerade was den Wärmebereich geht, nochmal näher ins Detail, deswegen will ich dazu noch ein paar Sachen sagen. Ich glaube, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dann müssen wir den Strom, den Wärme und den Verkehrsbereich ganzheitlich angehen. Stichwort Sektorkopplung, das geht nicht anders. Und ich will uns auch alle dazu einladen, größer zu denken an diesen Stellen, weil auch in Kopenhagen sich umschauend, wo wir die großartige Situation haben, dass 98 Prozent derjenigen, das ist ein städtischer, verdichteter Raum, das trifft nicht auf Thüringen zu, aber ich will einfach mal die Zielkulisse definieren. 98 Prozent derjenigen, die in Kopenhagen und im Großraum Kopenhagen leben, sind ins Nah- oder Fernwärmenetz in irgendeiner Form angeschlossen. Da hat keiner in seinem Einfamilienhaus noch eine Ölheizung oder eine eigene Gasheizung stehen. Wenn das Ziel denn ist, und Steffen Harzer hat es ja eingangs formuliert, mehr als 50 Prozent der Energiekosten entstehen gerade im Wärmebereich und das ist für die Haushalte so, sind im Schnitt 52 Prozent nur Wärme, die in dem Bereich sozusagen entsteht. Wenn das das Ziel ist, dann müssen wir hier, und das sagt uns auch die Studie des Leipziger Instituts für Energie, müssen wir hier auch im Klimagesetz Möglichkeiten und Anreize formulieren, die den Wärmebereich fortentwickeln. Ganz klar, ohne das würden wir auch hinter unseren Zielen zurückbleiben. Wärmenetze ermöglichen Energiewende in Städten und Kommunen. Strom kann in Wärmenetzen mit Power to Heat gespeichert werden. Kommunale Wärmeplanung ist das, was in Dänemark Pflichtaufgabe ist, richtig. Wo wir aber auch als Land gucken müssen, wie können wir hier fördern und vor allen Dingen, wie können wir beraten. Ich denke auch mal an die Eigenheimbesitzer, die jetzt nach 25, 26 Jahren, wo die Ölheizung oder die Gasheizung jetzt endlich eigentlich mal dran wäre, vor der großen Entscheidung stehen, wie entscheide ich mich jetzt, rufe ich den Installateur meines Vertrauens an, der einmal im Jahr kommt, um abzulesen, geht noch und sagt, alles prima die nächsten drei Jahre und dann am Ende wird es doch die gleiche Anlage mit dem gleichen Label, nur ein bisschen moderner. Oder gibt man sich hier die Mühe und versucht, im Sinne einer gelingenden Energiewende auch langfristig Beratung auf den Weg zu bringen. Ich glaube, darum geht es. Und zu dieser Sektorkopplung gehört eben auch der Verkehrsbereich. Deswegen wird es im Klimagesetz auch ein Passus dazu geben. Auch das lohnt sich, miteinander zu verquicken, wurde am Anfang auch angesprochen. Ich will Sie einladen, nächstes Jahr schon jetzt an dieser Stelle sich zu beteiligen. Klimastrategie-Thüringen.de, der Klimapavillon gehört dazu und ich freue mich jetzt auf eine spannende Debatte. Vielen Dank.